Wir werden das gesamte Katzeis in unserer Stadt leer kaufen, Digga. Let's get it! Locker, ja. Gibt uns bald Hausverbot, weil wir zu viel kaufen. Digga, das ist zu viel Katzeis. Wir werden das Auto, glaub ich, komplett voll kriegen. Das gesamte Katzeis nehmen wir alles. Einfach alles. Alles! AJ, Bruder, bewegt dich nicht. Ich glaub, jemand hat die Polizei gerufen, weil wir zu viel Katzeis haben. Wir haben zu viel Katzeis, Bruder. F***. Yo! Peace, Leute, was geht? Geht Willkommen zu einem weiteren Tag aus meinem Leben. Leute, wir haben eine Big Mission heute. Wir haben eine F*** Big Mission. Ihr wisst schon, was abgeht? Ich hab mein Gucci Backpack ab. Äh, ab. Mein Deutsch ist echt immer öfter weg. Alles Gutsche bei euch. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Mein Name ist Artus Weichert. Ich mache Daily Vlogs. Das heißt, ich nehme euch mit durch mein Leben. Es ist crazy, mein Leben. Ja, Leute, und heute ist übrigens erst mal der AJ mit dabei. What's up, man? Komm ins Bild, Bruder. Hey, do the jizzle. Is am stizzle. You're ready. Nizzle. Ey, 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 ey. Ja, auf jeden. Boy, we have a big mission. Are you ready? I am ready. Wir werden das gesamte Katzeis in unserer Stadt leer kaufen, Digga. Let's get it. Aber ich glaube, der Rucksack reicht nicht. Deswegen fahren wir heute mal Auto mit dem gelben Porsche. Porsche, hier ist Bescheid. Hast du Bock? Auf jeden. Auf jeden, ne? Bei warmem Wetter. Deutsch 534.0 Version, Error 404. Mein Deutsch ist weg. Leute, es ist einfach gutes Wetter. Es ist warm draußen. Man kann es nicht Katzeis können. Mögt ihr Katzeis? Mögt ihr Wassereis? I don't know. Wir haben ja auch schon mal das gesamte Wassereis in unserer Stadt leer gekauft. Und heute ist das Katzeis dran. Alright, Leute. Wir brauchen das Auto. Meine Uhr sagt auch, dass wir das Auto brauchen. Und was brauchen wir, um das Auto benutzen zu können? Richtig meine Brille. Hä, wo kommen die denn jetzt her? Huch. Ja, auf jeden, ne? Brille. Let's get it. Leute, wir haben es schon 19.38 Uhr. Jetzt haben natürlich nicht mehr alle Läden auf, aber wir werden jeden Kiosk auf jeden Fall der kaufen. Let's get it. Wir starten wieder bei dem Kiosk hier und holen jetzt das gesamte Kiosk. Ich hoffe, das werden nicht wieder tausend Stück wie beim letzten Mal. Ah, das war so crazy letztes Mal. Gut, da habe ich so gepackt. Ich glaube, da darf ich gleich pappen. Einmal das gesamte Katzeis. Oh, shit. Leute, das ist halt wieder eine Menge Katzeis. Ich glaube, der hat gar keinen Bock, weil letztes Mal hatte der auch voll viel Stress, die ganzen Wasserhiste rauszuholen. Locker, ja. Er gibt uns bald Hausverbot, weil wir zu viel kaufen. I don't know. Es kommt heute. Auf einmal. Ciao. Digga, das ist zu viel Katzeis. Wir werden das Auto, glaube ich, komplett voll kriegen. Ey, Leute, das wird viel zu viel Katzeis und es regnet. Bei dem Wetter ist Eis doch nicht so gut. Aber es ist ja nur Katzeis. Also man kratzt ja. Ist ja eigentlich kein Eis. Hä? What? Ja, aufreden. Wir machen weiter mit dem nächsten Kiosk. Let's go. Am Ende seht ihr dann, wie viel Katzeis das ist. Das ist viel. Schilliger Anzug, Digga. Hier, ein bisschen Katzeis. Hier so eins, Auto. Oh, kratzeis. Ja, hier, blau. Und der ganze Stadt, ähm, Katzeis. Ja, wir kaufen alles leer. Wir kriegen alle eins. Oh, Digga, der Ehrenmann hat sogar Löffel reingepackt. Alter. Mit Löffel, Leute. Hier. Dann schau rein. Natürlich. Das Katzeis ist gleich direkt wieder weg. Ciao. Oh mein Gott, die Mission wird auf jeden Fall successful abgeschlossen. Was? Successful? Ab in den Porsche. Let's go. Porsche. Ah, Autos. Let's go. Hey, Leute. Wir sind beim nächsten Kiosk und ich hätte fast vergessen, die Brille aufzusetzen. Ich dachte mir schon, als ich im Oster saß, hä, irgendwas fehlt. Ah, ich sehe ja gar nichts. Ne, aber man muss auf jeden Fall weit gucken können, weil man ja vorausschauend fahren kann und muss und so, ähm, let's get some, äh, Katzeis. Was heißt Katzeis auf Englisch, Bruder? Äh, Scratching Eis. Ne, ne. Ja, auf Eis heißt das, glaube ich. Das ist der nächste Kio. Er hat locker gehabt, gar keinen Bock auf uns. Klingel. Huch. Was geht? Äh, wir hätten gerne das gesamte Katzeis. Das gesamte Katzeis nehmen wir. Alles. Einfach alles. Alles. Ich habe auch motivierte Socken an. Boah. Boah. Danke. Ciao. Okay, Leute. Wir hatten jetzt leider nicht das Glück, dass das viele Katzeis werden, aber, Digger, wenn du hier reinguckst, du wirst einfach glücklich. Erstmal, die Tüte hat eine nice Farbe, ne, wenn ihr an das Katzeis denkt. Jeder mag blaues Katzeis. Guck mal rein, los. Oh, sch***. Leute, das ist f***ing crazy. Da kommt ein Auto, ich gehe nicht weg, okay? Oh, ich gehe doch weg. Nehmt euch kein Beispiel an mir, Leute. Ich bin halt einfach manchmal so ein Savage, wisst ihr? Be different, Digger. Ja, auf Eis. Geil. Next mission, let's go, Digger. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Kiosks auf, aber wir werden von allen, die aufhaben, auf jeden Fall das gesamte Katzeis leer kaufen. Also, wir werden das ganze Katzeis aus meiner Stadt leer kaufen. Oh, mein. Gott. Okay, Leute, wir haben hier ein Parkhaus geparkt. Wir werden jetzt alle Kiosks, die hier in der Nähe sind, abklappern, weil es ist immer ein bisschen schwer mit dem Auto, das Ganze zu machen, ne, weil man muss immer ein Parkplatz finden. Ist leider toll, Leute. Genau, du weißt ja auch, wie es ist, ne, weil du hast ja auch einen Führerschein. Ja, auf jeden Fall, ich fahre halt jeden Tag so, deswegen kenne ich das Problem. Aber du fährst dann, äh... Weiß, ja. Bruder, ich meine, eigentlich ohne Führerschein, aber ihr wisst schon, AJ, es ist sehr humorvoll, was das angeht. Das mag ich auch recht an dir, du bist echt ein humoriger Typ. Nö. Bruder, es regnet, Alter, Kapuze auf, Mann, ey, yo, Leute, wir kaufen Eis bei Regen. Und dann auch noch das Gesamte, was es in der Stadt gibt. Das Gesamte, oder? Ja, aufweiß, die Hildesheim ist nicht so gesprächig, was, äh, so YouTuber angeht. I'm a Vlog, Leute, the best Vlogger. Ihr wisst das. Ich hoffe, ihr wisst das. Ihr wisst das. Oh my God, boys, I hit 460k Subscribers. Alter, so Leute, mach mal dieses Jahr auf Ehre, die Millionen fallen. Auf jeden. Für mich. Und für mich. Nee, für mich. Okay, für beide. Ist mir egal, ist mein Kanal, Bruder. Auf jeden. Auf jeden. Äh, ja, auf Eis. Ja, auf Eis, ne? Stopp, stopp. Ab in den nächsten Kiosk. Let's go. Ist das alles dein Cut, heißt das, ja? Nö. Okay, let's take it. Nehmen wir, oder, Bruder? Ja, die haben sogar Lila, das. Lol. Die hatten gar kein Lila, das bis jetzt, ne? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das sieht schon geil aus, Digga. Ah, ihr habt geile Farben. Kein Kiosk hat bisher gar nicht die Farbe. Mach 5. Danke schön. Dann hast du eine Tüte. Geh mal rein. Ciao. Wartet. Okay, Leute, der dritte Kiosk wurde leer gekauft. Wir haben sogar eine Tüte wieder. Das heißt, beim nächsten Kiosk brauche ich keine Tüte am Meldesbaum. Bruder, gibt es hier noch einen Kiosk? Stimmt, ich weiß gar nicht, warum, man. Ich auch nicht. Es ist halt schon relativ spät, aber es regnet nicht mehr. Es regnet nicht mehr am Meldes. Nice. Eis. Fratz. Kratz. Oh, kalt, kalt, Eis. Kratzeis, wisst ihr? Checkt ihr? Okay. AJ, Bruder, bewegt dich nicht. Ich glaube, jemand hat die Polizei gerufen, weil wir zu viel Kratzeis haben. Wir haben zu viel Kratzeis, Bruder. Egal. Nein, er hat geschlossen, Bruder. It's too late, Bro. Bro. Mann. Oh mein Gott. Der Dude von eben hat das Bild hochgeladen. Voll der Ehrenmann. Echt so schnell? Ja, Mann. Ein Korrektor. Ja, aber ein Korrektor, Digger. Grüße gehen raus an dich. Leute, AJ ist gerade in dem Kiosk, aber wir dürfen nicht filmen da. Deswegen warten wir. The Boy is back. Er auf Eis, ne? Digger, das sind jetzt drei Tüten. Und wie viel haben wir im Auto? Auch nochmal drei, ne? Genug, Alter. Auf jeden. Digger, ich glaube, ihr hättet kein Kiosk mehr auf hier, oder? Boah, nicht, dass ich wüsste, Digger. Okay, Leute, ich hab nochmal gegoogelt. Geschlossen. 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 Ah, ich muss gleich. Ah, we made it, Leute. Wir haben es geschafft. Leute, Leute. Ich muss immer voll an meine Oma decken, wenn ich das Auto sehe, Digger. Rest in peace. Das Auto gehört nämlich eigentlich meiner Oma, aber... Okay, Leute, ich baue jetzt einen Turm mit dem gesamten Kratzer. Alter, der wird locker so hoch sein, aber wahrscheinlich auch nicht, weil das würde umfallen, deswegen Bonn war es ein bisschen breiter, glaube ich. Are you good? Wollt ihr ein Kratzeis haben for free? Ja, auf Eis, oder? Ja. Safe. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Kratzeis. Einmal bitte. Und hier. Oh, ja, herzlich den gesnackt von dir. Auf jeden. Macht's gut. Korrekt. Auf jeden. Auf jeden. Okay, Leute, ich glaube unsere Mission ist damit beendet. Jo, es ist so viel Kratzeis, Leute, ich weiß gar nicht, wie wir das alles aufessen sollen. Natürlich werde ich jetzt nicht alles davon selber essen. Gehörst du Scheid? Okay, Leute, das war auch wieder ein weiterer Tag aus meinem Leben. Leute, mein Leben ist crazy. Okay, das meinte ich eigentlich nicht mit crazy. Ich erlebe auf jeden Fall viel mit euch gemeinsam. Ich nehme euch mit, Leute. Es ist einfach eine Reise, es ist ein Abenteuer und da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Deswegen haut auf den Abonnieren-Button und dann seid ihr Teil der krassesten Community. auf YouTube. Checkt auf jeden Fall mein Instagram ab, da ist sich alles reicher. Da gibt es mehr von mir aus meinem Live-Fotos, Videos und so weiter. Nun, da würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein. Uuuuund... Peace! Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.